Einen wunderschönen meine Damen und Herren, liebe Lieben, mein Name ist Urs Weghoff. Ich bin der Medio Urs. Es geht um Außentür Erste Hilfe und nach dem letzten Video mit Beinchen ruhig stellen improvisiert, kam die Frage auf, was man hiermit alles machen kann. In welcher Art und Weise, in welcher Variante es die hier gibt. Dazu machen wir heute mal den Erklärbär mit meinen verschiedenen Lieblingsanwendungen für SamsBlind. Aber die gibt es nicht nur aus dem Hause Sam, die gibt es noch von vielen, vielen anderen Herstellern. Und auch dazu mache ich herzlich gern mal den Erklärbär. Showtime, Folks! Was ist wahr, was es ist, was es sein wird. Bei dieser Schiene handelt es sich um Aluminium, was mit Schaumstoff ummantelt ist. Es gibt in unterschiedlichen Farben. Meistens ist die eine Seite gelb oder häufig ist die eine Seite gelb, die Innenseite ist blau. Unterscheidet sich aber nicht weiter. Die Unterschiede bei den beiden hier sind, dass die eine 1 m lang ist und 11 cm breit. Die andere ist 91,4 cm lang und 10 cm breit, wenn ich das richtig im Kopf habe. Was ich hier ganz witzig finde, sind die im Grunde wie so eine Art Lineal. Einmal in Inch würde ich fest tippen. Einmal in Inch, also in Zoll und die andere Seite in Zoll. Die gibt es in gerollt und die gibt es so in flach gepackt, dass man die im Rucksack in das Medic Kit des Vertrauens packen kann. Dann nimmt die extrem wenig Platz weg. Sie ist sehr leicht. Hier bei der Sam Splint sind es 113 Gramm. steht sogar drauf. Die hier ist ein bisschen schwerer. Das liegt aber ganz einfach dran, weil die insgesamt auch ein bisschen größer und voluminöser ist. Tun sich letzten Endes beide nicht wirklich allzu viel. Man kann damit Extremitäten ruhig stellen. Das alles hat aber seine Grenzen und auch zu den Grenzen komme ich heute. Also, ich habe mal zum Äußersten gegriffen, zu meinem ganz persönlichen Erste Hilfe Kit. Da habe ich nämlich eine Sam Splint drin. Die sieht schon ein bisschen benutzt aus. Das ist aber nicht weiter schlimm oder ansteckend. Und man sagt so, bis zu viermal kann man die tatsächlich hin und her knicken und verwursten und so. Und das macht sie durchaus mit. Wenn sie es nicht mehr möchte, wenn sie euch nicht mehr möchte und das Leben mit euch nicht mehr teilen möchte, dann wird sie euch das schon tatsächlich an diesem hoch umfangreichen Wissen teilhaben lassen. So, was wir jetzt machen ist, dass wir, wie es hier auch drauf beschrieben ist, einmal den Unterarm ruhig stellen. Dazu wird Mademoiselle de la Chine erstmal vorgeformt, ein wenig. Das Ganze machen wir in beide Fahrtrichtungen. Das Ganze hier liebevoll rübergeklappt, ein wenig angepasst. Die Hand ein wenig anmodelliert. Modelliert, nicht moderiert, modelliert. Nicht verwechseln. Dorfstecher, Dorfstecher. Wenn wir das so weit haben, gehen wir bei und nehmen das Fixiermaterial des Vertrauens. So, was ich hier veranstalten möchte, ist, dass ich die Hand ruhig stelle. Oder vielmehr das Handgelenk und die Mittelhand ruhig stellen möchte. So, das sieht so schon gar nicht schlecht aus. Wir können hier jetzt noch eine zweite drüber machen oder gehen da mit so einem Armtragetuch bei, mit einem Dreiecktuch. Was wir auf die Art und Weise bezwecken, ist, dass wir das Handgelenk ruhig stellen. Beziehungsweise in dem Fall, wenn wir mal annehmen, ich habe mir hier irgendwie das Handgelenk verstaucht, beziehungsweise geprellt, wie auch immer. Weil alles andere kann ich draußen im Gemüse so ohne weiteres, ohne Bildgebung eh nicht wirklich sicher ausschließen. Wenn ich also ein Gelenk ruhig stellen möchte, beziehungsweise den Bereich drum herum ruhig stellen möchte, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Mittelhand gebrochen habe, möchte ich hier die Finger ruhig stellen und das Handgelenk. Das habe ich auf die Art und Weise gemacht. Wenn ich jetzt hier am Handgelenk irgendein Problem habe, weil ich auf den Handballen gefallen bin, dann habe ich einmal den Bereich nach vorne ruhig gestellt und hier bis zum nächsten Gelenk auch. Das heißt aber auch, dass wir diesen Arm dann tatsächlich so vorm Körper irgendwie auch fixieren sollten, damit wir auch wirklich Ruhe in die Gelenke reinkriegen. Was ich hiermit noch machen kann, ist, dass ich das Ganze im Grunde parallel den Arm einfach nur drauflege, anmodelliere und dann hier im Grunde hier wieder Ruhe reinbringen, in den Unterarm Ruhe reinbringen, habe dann aber immer noch, dass ich hier das Gelenk frei bewegen kann. Das kann ich machen, wenn ich hier vorne irgendein Problem habe. Dann habe ich das Gelenk mit ruhig und dann habe ich zumindest in Ansätzen hier vorne mit Ruhe drin. Was am Ehren einzig Legends annoyed ist? Und dann muss ich wiederufe? Summe das Gelenk. Und dann habe ich schon wieder zu Schrecken. 進 Dra bargain unter den Punkt dieses Gerätig von einem die schauen~~ Ich kann dann trotzdem den Arm für irgendwas und wenn es ist auf dem Kletterstak, dass ich mich irgendwie abstütze oder so, kann ich das damit immer noch machen. Ich habe aber wie gesagt im Elbow volle Beweglichkeit, habe aber das Handgelenk ruhig, habe die Vorderhand ruhig und kann so dann weitermachen. Was auch funktioniert ist, dass man den Oberarmknochen damit schienen kann. Dazu legen wir die SamSplint bei unserem Patienten einmal in die Achselhöhle um den Oberarm rum. Und jetzt wird nach Möglichkeit nicht vom Patienten selber das Ganze in einer sogenannten C-Curve tatsächlich vorgeformt. Wichtig hierbei ist dann jetzt wieder, dass wir den Arm auch hier rüber fixieren. So, was geht noch mit so einem Teil? Wir können damit logischerweise auch Füße ruhig stellen oder ganze Beine. Wir nehmen an, wir sind irgendwo im Wald und auf der Heidi unterwegs, sind beim Trekking umgeknickt und können zwar noch auftreten, aber es ist wahnsinnig schmerzhaft. Das können wir ein wenig eindämmen, dadurch dass wir den Knöchel ein wenig entlasten und den Rest des Schenkelchens ein wenig stützen. Und das gucken wir uns jetzt an. Dafür gehen wir erstmal bei, platzieren den Fuß des entsprechenden auf dieser SamSplint. Jetzt gehen wir bei und modellieren das Ganze ein wenig an. Dad Mist. Dann gehen wir bei, bah damit ist das Ganze ein wenig pcribing. Sociale jetzt zwei und darf nicht, weil ich dann schon mal direkt going beim Computer anders herumleinander nehme, habe ich euch ein wenig pierunde. Let's klicken Sie bitte. In diesem Fall können wir uns den Schaft unseres Stiefels zum Vorteil machen. Und darüber Ruhe in den Knöchel reinkriegen und den Rest fixieren wir auch wieder mit einer Fixierbinde des Vertrauens. Voilà, fertig ist das Konstrukt. Der Knöchel ist entlastet und die Lastverteilung läuft eher über Schienen- und Wadenbeinen. Als auf den Knöchel direkt. Es wirkt unter den Taktik-Coolingern immer gern mal beigegangen. Die Sam-Splint hier so Löcher reingeschnitten. Dann wird ein Tarniky durchgeführt, um ein Becken zu stabilisieren. Ich sag euch auch, was ich davon halte. Und das ist ganz einfach. Das ist irgendwo zwischen Nichts und Abstand. Denn ähnlich wie bei der Zervikalstütze werden bei über 75 Prozent der Beckenschlingen von Profis, die angelegt werden, werden sie in über 75 Prozent falsch angelegt. Das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist, dass sich so ein gebrochenes Becken, wenn es denn tatsächlich gebrochen ist, wesentlich einfacher und leichter tatsächlich stabilisieren und die Gefäße im Leistenband sich entlasten lassen. Das kann man dadurch veranstalten, dass man die Knie zueinander rotiert und das Ganze mit dem guten alten Baumwolldreiecktuch sichert. Wenn man dann ganz sicher gehen will, dann macht man ein entsprechendes Dreiecktuch nochmal um die Füße rum. Das wäre dann aber schon doppelt gemoppelt und das wäre schon fast wieder zu viel. Zu dem gebrochenen Becken, meine ich, habe ich mich schon mal ausgetobt. Wenn ich das wirklich finde, gebe ich euch das hier oben in der Videocard oder Notfalls unten auch nochmal in der Videobeschreibung. Kinengs passt auf euch auf. Mir war es ein inneres Blümchenpflücken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wow. We have to go. Bye. Bye. Have to go.